Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Folge mit mir und den Rommelervo, ihr Muschulegabs. Mein Gott, du holst wieder Holz, ne? Also du holst Holz. Ah, warte, warte, ich geb dir die ganzen Steine. Jetzt bist du umber. Nein. Was machst du? Nichts? Gib mir alles, was du brauchst. Äh, was du hast. Okay. Ja, warte. Hinter dir. Achso, du kannst ja mal... Mann. Mein Gott, Junge, zack, 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 zack. Du kannst ja mal einen Ofen machen oder mehrere Ofen. Ofen, Ofen, ja. Und fackeln und... Ich fühlst mich eh nicht. Was? Ich fühlst mich eh nicht. Ja, wieso? Ja, wir müssen eh eine Etage tief, also. So, gib ja. Ach, da hast du dich schon alles. Ich hoffe, du kannst alles mitnehmen. Ja, klar. Oh, als wir nicht über zu lang waren, sind wir nicht voll. 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 Mein Gott, Junge. Boah, so Kisten wieder sortieren, ja. Ja, kannst du ja mal machen. Hab ich schon. Was sollte ich machen für dich? Äh, also Öfen, 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 Fackeln. Dann noch eine Eisenspitzhacke. Okay. Hey, du hast doch drei Eisen und innen der Kiste gehabt. Yo. Und, ähm, du kannst ja mal eine Farm bauen, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall. Hast du Redstone? Nein. Also, ganz altmodische Farben. Ja. Ich könnte too many items anmachen, aber nein. Oh, warte mal kurz. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen dunkel hier. Ich setze hier gleich wieder eine Fackel. So. So, wieder da. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Patrick? Ja. Äh, warte kurz, ich muss wieder anmachen und soll ich dich nicht? Ja, was, 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 was? Ja, ich will... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, fünfzehn, warte mal. Ähm, oh, nicht, nicht so. Warte mal. Hier eine. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ähm, da muss ich doch noch eine Wand gehen. Ah, nee. Hab ich... Warte, ich bring dich. Ich bring jetzt mal den Scheiß runter. Ja, mach, mach. User joined your channel. User joined your channel. Wer? Das ist, äh, äh, Kipato. Oh, nein, der soll, der soll nicht in unserem Ding kommen. Geht. Nein! Ich hab den Scheiß da reingepackt. Ich mach clean Mut, ja. Tom kann halt mal deine Presse halten. Ja. Nichts gegen dich, Tom. Ist der Beste. Nein, 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 ich hab mir so gedacht. Ja, ah, dann müssen wir ja noch eine... ...nach hinten. Hast du, hast du, hast du Holz mitgebracht? Nein, sollt' ich? Ja. Brauchst du Bretter oder normales Holz? Bretter. Äh. Ähm, alle Bretter oder... Ey, was soll ich? Packt die Truh mal in der Mitte weiter. Weil... Hier oder was? Ja. Hier. Äh. Ja, ja. Okay. Äh. Okay, gut, gut, gut. Hier. Okay. Das ist Kies. Ich möchte den Weg machen, den Kies fertig. Ja. Ähm. Nichts. Na, Alex, so sieht es gut. Ah, die ist ein Kies in der Koppelz. Ups. Wo? Wo es Koppelz... Habe ich aus Kies ausgenommen. Das war doch, das war doch in Kies anders aus. Äh, aber einer Kies... Aber der Kies, das du noch genug Kies drin. Ja. So, so, so. Oh, oh, faszin' eben. Na, bitteschön. Jo. So. Ähm. Warte mal. Mach ich das mal so? Ah, faszin'. Okay. Apfel fressen. So. 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 Also, ich geh' jetzt erstmal Holzfarben, ne? Jo, mach das. Okay. Äh. Scharf. Ja. Tote Schaf. Ich habe mir so eine Etage, einen Block tiefer müssen wir. Deswegen können wir ja drei Kisten übereinander nehmen. Oh, es regnet nicht mal. Wollen wir Regen anlassen? Oh, ich habe noch mehr Eisen gefunden. Ja, Regen an. Oh yeah. Jetzt habe ich wieder acht Eisen. In der Truhe haben wir auch noch mal vier. Yo, yo, yo. Jetzt wird doch schon ein Landfang hier. Gomme Saat 6. Okay, wir brauchen... Ähm, kannst du mal eine Eisenschaufel machen? Ja. Ja. Boah, wir haben ja erstmal die Hälfte fast um. Erstmal. So. Ach so, ist eigentlich Nacht draußen? Äh, ja, komm mal klar. Okay. Oder soll ich jeden Tag? Nein. Wir sind keine Cheater. Okay, only sleep at night. Ist doch Nacht. Was? So. Äh, jetzt ist Tag. Äh. Jetzt ist noch. Wird ich mich verarschen, Alter? Jetzt ist Tag. Ja, weil ich gepennt habe. Ach so, muss nur noch einer pennen? Genau. Also, auf dem selber von dir schon. Ist ein Plugin drauf. Okay. Äh, bleib hier, die, 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 die Schaufel, die Schaufel, die Schaufel. Okay. Ich hab sie da. Ja. Ich geb sie dir aber nicht. Köpfe mir. Oh. Alter. Alter. Mehr. Hör auf. Hör auf, hör auf, Alter. Hör auf. Ich hab Opti-Fine-Cape? Nee, ich hab Opti-Fine-Cape. Nee, ich hab Opti-Fine-Cape. Nee, ich hab Opti-Fine-Cape. Ja, ich hab auch einen Opti-Fine-Cape. Meist ist gut, weil mein zweit schwarz ist. Meist passt zweit. Ähm. Wo machst die Farm hin? Äh, was für ne Farm denn? Apfel! Weizen-Farm. Was denn sonst? Hier so hin, oder was? Okay. Dann geh ich nämlich runter erst mal und baue da erst mal weiter. Bam 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 bam. Ah Mist. Po-po-po-po-Pokemon. Ah Mist, ich hatte ja noch viel Steinschaufeln noch im Eventar, aber egal. Aha. Naja, dann mach ich jetzt mal... Reicht. Ah, Mann. Boah, viele Schafe hier sind. Naja. Du kannst ja auch sie mal einfangen. Ähm. Wie viele Eimer hast du, weißt du was? Wie viele Eimer hast du? Wie, dann mach ich jetzt. Oh, hoffentlich hab ich noch drei Eisen. Ach so, hast du mir eigentlich fucking mitgebracht? Ja, in der Kiste. Okay. Doch, du hast einen Eimer. Ah ja. Und dann mach ich gleich... Und ich mach auch einen Eimer. Jo. Jo Jo. Jo Jo. yo 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 jy, klinge, 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 klinge ... ne, ich nehmh ne Schaufel erstmal und dann wird weitergebaut. Dann wolle brauch ich jetzt nicht. Dann kann ich gleich noch die Seats mitnehmen. Ja, mach es. Oh ja, ich hab ja ne Schaufel. Wo kommt denn? Nimm ich erst mal die Schaufel. Ich glaub, bei dem Mod-Moderator steht Aufnahme-Kimmer zu 13, ne? Stand es nicht da? Ja, da stand doch... Stand er nicht da? Ne? Bei mir stand es da. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Egal. Wollte ich auch grad sagen. Boah, wie viel Kies hier ist, Alter. Wenn du einen Weg bauen willst, dann hab ich genug. Sehr gut. Mein Gott, ey. Oh mein Gott. Boah, jetzt hab ich wieder die Fackel weggenommen, Alter. Hier ist noch mehr Kies. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was, was, was machst du so? Alex, Alex, Alex. Ich mach... Ich mach... Was machst du, was machst du? Ich mach grad dein Feld. Und irgendwie sind grad meine Minecraft-Sounds ausgegeben. Ja, meine sind aus. Ich schau mal nach, wie lange wir noch aufnehmen müssen. Naja, fünf Minuten noch. Ähm, ich komm mal hoch. Jo. Was, so ein großes Feld? Ja, hab bis jetzt zu viel gesammelt. Ach so. Und du hast noch übel zu viel in der Giste gehabt. Ja. Bam, 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 bam. Gut sein, es reicht. Okay. Ähm... Und dann hau ich die Fackeln... Boah, krank. Ach so, ähm, wir brauchen... Bretter. Bretter. Wir brauchen auch kein Eisen. Ah, Bretter. Was hast du denn verstanden? Blätter. Blätter, nein. Wieso? Ich hab noch 8 Eisen. Ach so. Deswegen... Mein Gott, nein. Ich komm nie rein, Alter. Mhm. Ich pack mal Eisen im Ofen. Ich schau mal in der Küste. Alter, Focke. Was ist hier denn passiert? Ja, hab ich alles aufgeräumt. Ah, ich hab noch hier. Und da hinten, was ist hier drin? Ja, hab ich auch alles aufgeräumt. Ich packe jetzt mal alles so rein, ja? Äpfel! Nein, das kommt doch nicht da rein, du. Schiff. Bald kommt das eher unten rein. Wir haben mehr Essen. Denn ess was. Wir haben nur noch zu... Ah, hier sind noch mehr Samen. Ich glaube, ich hab Bretter rausgepackt, ne? Keine Ahnung. Oh, Mann. Was bin ich hier drinnen? Auf jeden Fall hab ich grad... 7 Brote gemacht. Also 6. Ja, ja, mach es. Mach es so, wie du denkst. Ja. Hier, 1, 2, 3. Alter. Mein Gott, Junge. Jetzt nehm ich Stein und packe es genau da hin. Boah. Ey, warum krieg ich kein Holz mehr? Weil ich Holz abbaue. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ne? Als Server. Wieso? M, 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 M... M-mm... M-m-m... M-m-m... Ah, Mist. Wir müssen ja noch ein tiefer weiter. Wir gehen ja ein... Ein müssen wir ja noch tiefer weiter. Wegen den Boden rein. Boden machen wir aus Holz. Lalalalalalul... ...du bist eine dumme Kuh. Boah, Scheiße. Hipsminuten. Komm. Alter Schweder. Alter Fucket. Junge, Junge. Lalalalalala. Fuck. Was? Fuck it. Ich bin fast gestorben. Ja? Wenn ich sterbe, sagt meiner Mutti, ich hab's überlegt. Ah, ja, ich hab ja, ich hab ja drei Brote. Oh, Scheiße, Dreck. Ja, ich hab doch... Es ist, er schreckt mich. Oh, der Server lag. Jetzt. Oh, es gibt immer ne Sachen, Kacktze. Bitte. Juuu. Tu mal ein bisschen mehr Eisen, ja. Ja, mach es. Hab'n Schluch. Hab'n Schluch. Ja. Krass. Ja. Und ich hab'n alles voll mit Eisen und Kohle. Krass' Sache. Jo. Jo. Ah, Mann. Ich mach' nämlich hier erst mal ein bisschen weiter und... Ich hab'n wieder Eisen gefunden. Ich hab'n wieder Eisen gefunden. Auch schon eine ganze Zeit Eisen. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Jo, ganz kurz noch. Wir haben noch 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. Und dann... Mach' ich den Verraue vielmehr. Doch. Warte, dass du die wenigstens noch die Sachen in die Tour bringen. Wieso? Weil ich grad' viel viel Sachen in die Tour bringt. Mach' hin, äh. Ich bin schon unterwegs. Ja. Ich hab' nicht gelandet. Naja, noch mehr Eisen. Ich mach' das hier noch schnell. Okay, gut. Ich hab' 15 Eisen gefunden. Waa? Ich hab' 15 Eisen gefunden. Ja, jetzt komm'n... Mach' hin, äh. Ja, mach'n... Soll ich zu dir kommen? Soll ich zu dir kommen? Ich bin schon unterwegs. Okay, pack alles. Hast du alles in der Truhe gepackt? Ja, mach schnell. Ich mach schnell. Mann, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Elke machst du 13. Ciao.